Toh, da sind wir schon wieder. Hallo. Lisa lässt sich da immer noch inspirieren und versucht da... Sieht aus wie ein kleines Türmchen, was du da baust. Oder ein Ausgucken. Ich will es auch noch nicht so richtig. Aber ein Turm klingt gut. Gäh? Dachte ich mir so. Jetzt sind die Floating-Blöcke schon wieder da. Das ist doch unfassbar. Ich sammle die einfach jetzt so ein. Da habe ich euch ausgedrickst. Ah, verdammt. Dafür sind hier die Blöcke falsch. So. Okay. Also eins, zwei, drei, vier. Mist. Ging es nicht so, wie du wolltest? Ich habe keinen Stein mehr. Ach so. Da wäre mir noch genügend. Auf Vorrat, auf Tasche. Ich glaube, die wohl nicht mehr ist. Wo bist denn du? Ich bin gerade unter Tage und verlege Leitung. Hallo. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Soll ja auch noch was aussehen, ne? Ah, jetzt weiß ich gerade nicht wieder, wie ich nach unten die Ladung weitergebe. Und wenn ich die Ladung weitergebe, kriege ich immer raus per Probieren. Vielleicht geht das ja so. Ach, geht doch. So. Teil eins, dann. So. Genau, das dachte ich mir auch gerade. So. Also, mit Whetstone gehen wir dann runter. Mist. Das ist immer noch zu wenig Platz. Aber es ist einfach so. Läuft. Und bei dir oben? Läuft's. Läuft. So wie du willst. Ja, geht. Mehr oder weniger. Ja. Ja. Verdammt, ich habe unten nicht ausgeleuchtet, weil ich das Whetstone verlegt habe. Das ist schlecht. Ja, da spawnen dann gerne immer Monster direkt in der Leitung. Das finde ich hier immer wunderschön. Ich bin auch intelligklug hier. Nicht. Äh, nein. Äh, ne, du nicht. Ja. Zeit kommt Rat, kommt Ideenreichtum. Idee habe ich schon, aber. Kommt Umsetzung. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Ideenumsetzung. Ich glaube, der Strom reicht bis hier rüber. Ich könnte natürlich jetzt einfach gucken, aber das wäre ja zu einfach. Ah, warte mal. So ist hier die klug. Jetzt schon. Jetzt bin ich's. So. Oh, nein. Na, egal. Obwohl, hier kann doch glaube ich nichts spawnen. Na, ich denke einfach mal, da spawnt nichts. So. Und da noch zu. Oder hübsch. Man muss zwar hier über diese Kolben dann laufen, aber ich finde das trotzdem so am schönsten. Und am effizientesten. Ja. Meine Tasche, sie voll. Falls du Türen brauchst, ich habe nämlich, welche die man nicht braucht. Weil die ich nicht brauche. Nee, Türen bin ich jetzt gerade gar nicht hier so. Du bist gerade nicht so. Nee, Türen gehen gar nicht. Türen gehen gerade. Ach, ich brauche eher Treppen. Kannst du hier bauen. Welche Treppen? Normale Treppen? Andere Treppen? Special Treppen? Steintreppen? Ich bin's auch noch nicht so. Steintreppen haben wir noch in der Kiste zur Not. Ich fange mal an, das Wasser aufzufüllen. Ja. Viel Spaß. Oh ja. Er trinkt mich. Was war das? Bist du jetzt ertrunken? Ich bin gerade ertrunken. Tut mir leid. Alles tot. Ich bin aber komisch. Ja, wenn man da trinkt, klingt das halt komisch. Weißt du's? Weißt du's? Ja, ich bin letztens erst ertrunken. Deswegen weiß ich das. So. Mega. Wie mach ich denn das? So. Haben wir auch stehendes Wasser. Wenn wir das erste nicht immer fließen und zweitens, falls wir doch mal auszusehen, reingeraten, da trinken wir dann nicht. Instant lieber mal runtergesaugt werden. Ist doch mal ne Idee, wa? So. Hier. Da. Nein, ich brauch keine Tür. Keine Tür. So. So dunkel. Oh Gott, danke. Irgendwie ist es dunkel. Oh oh. Es ist sogar schon richtig dunkel. Geh weg, Skelett. Aber immerhin sind wir drinnen. Jetzt nahezu vor allem geschützt, sobald wir ausgeleuchtet haben. By the way, ausleuchten wäre dann mal auch noch ne... Hä? Treffen? Ausleuchten wäre echt nochmal ne Idee dann. Was machst du? Ich hab mir nur eine angemacht. Auweia, das ist auch im Bett. Gut, dass du dich nur um das Bett kümmerst. Ja. Ich dachte, dich würde das eher stören, wenn ich direkt neben dir im Bett rauche. Hm. Nicht? Ne. Ne? Ne. Machst dir eher Sorgen ums Bett. Ja. Ich bin begeistert. Ich brauche jetzt so ne Art Leiter. Leiter? Ja. Hast du jetzt hier überall einfach Fackeln hingestellt? Ja, damit es ausgeleuchtet ist und nichts spawnt. Könnten wir rein theoretisch dann nämlich auch in der Nacht durchbauen. Ne, krieg ich irgendwie, mach ich ne Leiter. Äh, einfach Sticks in der H-Form anordnen. Sticks, okay. Ah, mein wachsender Dschungel. Fast so schön wie mein wachsendes Imperium. Äh, warte mal. Ne, ich bin mit dem unteren Graben schon fast fertig. Was, das ergibt drei Leitern? Ja. Leitern sind sehr effizient. Manchmal nervig, aber... Ich find's manchmal einfach den, den besten Weg ne Höhe zu überwinden. So in Minecraft vor allen Dingen. So. Oh oh. Oh oh. So, hier haben wir ja eben schnell Durchlauf. Das muss ich gleich noch zweimal machen. So. So. Ja, 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 ja. Du kommst klar soweit? Ja. Okay. So. Muss ich hier schon rumtricksen? Ah, das reicht ja schon. Ja, genau. Das ist jetzt eine Fackel. Ich war's nicht. Ach so, du hast dich verletzt. Ich dachte, hier wird irgendwas angegriffen. Ich hatte kurz Angst. Nein, komm ich nicht so rumtrick. Hi. Du hast Spaß soweit? Geht so. Ich bin so rumtrick. Herr Turm will nicht so, wie du willst. Nee, nicht so richtig. Ich kann mit Leitern eigentlich auch nicht so richtig fahren. Ja, das kenne ich. Am Anfang hatte ich auch meine Probleme mit Leitern. Das ist sogar stehendes Wasser. Ich bin so begeistert gerade. Bin ich jetzt oben? Bin ich jetzt oben? Ja, das ist schon schön. mit im tollen zu ließen so wenn er mal ein bisschen um deine geplante Konstruktion beim Tor und da kann ich nicht mehr zu erzählen Wie plant du das? Das passiert jetzt sehr spontan. Sehr spontan so. Guckst einfach so. Also ich werde jetzt da wahrscheinlich oben nochmal rundrum bauen. Wie komme ich jetzt hier wieder ins Haus? So zinnen. Damit man da oben laufen kann und schauen kann. Achso. Ja, ist doch cool. Man muss einmal komplett rum und dann ich weiß gar nicht, ob die Brücke gerade ausgefahren ist. Sonst musst du springen. Spring nicht. Wenn du jetzt springst. Sind wir 20.000 mehr? Ja, ja. Mindestens 20.000 Nadeln. Spring mal nicht so erfolgreich. Einmal mit Anlauf, dann kommst du da rein. So, so. Oh man. Wir haben noch ein großes neues Gebäude. Ach, ich liebe Wasser. Fangen auf Servern. Was raten, du stehst immer noch am Eingang. Die Gesetze. Wie. Die Gesetze oder раньше Iya. In. Kinder. S.